Oh oh, kramen Sie schon mal den Vertrag aus, dass wir keine Haftung übernehmen im Falle eines Todes. Bitte was? Ansonsten müssen wir Kassenzettel wälzen. Den haben wir irgendwo im Handschuhfach, da steht drauf, der Fahrer übernimmt keine Haftung im Falle eines Unfalls mit Todesfolge. Im Namen des Fahrers des Sohnes und des Heils im Geistesamen. Och, guck, ich hab deinen Coupon gefunden. Hier, dein Wertgutschein für McDonalds, hab ich gefunden gerade. Oh, ihr solltet der noch ein Eis frei. Ist der noch haltbar? Na klar, aber nur noch bis neuer. Ah, ich hab nicht mehr alt schon lang. Wo ist denn? Ah, so, vielleicht wissen Sie das, wo wir die Kartoffeln mit Harn finden? Bitte was? Ja, so eine Kartoffeln mit Harn. Die Kartoffeln mit Harn. Oh, genau, wächst an Bäumen. Gibt's auch hier so einen Fuchel, mir entfällt immer der Name hier, diese Fögel da. Ja, die, 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 die. Sie, 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 sie. Mit den Federn. Sie, 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 meine aber nicht Traumfrüchte. Nee, ne, nee, nee. Die Klingel, wirklichkartotteln mit Harn. Das ist kulinarisch. Es gibt's halt ein Fähnchen nicht. Fede Äpfel. Nee, nee, wir sind Klingel, die sind so... doch hier wird auch ein Vogel der Joachim aber wie 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 war das noch gleich wie wie hieß ihn ja noch Neu Whisper Target Vendor und das ist halt dann ist halt Kiki, nee, Kiki muss nicht genau so, so, der Vogel heißt so wie die Kartoffeln mit Harn oi, aber ich komm nicht auf mich meinst du die Bananen wie so Bananen? Nein, ich hab das nicht aus War's das? Nicht? Das sieht aus wie einer Kartoffel Mir würde noch was anderes einfallen was vielleicht so ähnlich wie eine Kartoffel aussieht, ne, aber Daher hat auch Haare Mh Lieber nett Das ist geheim Geheimtage Warum sagt denn jeder Bananen? Ich glaub, er weiß nicht was ne Kiki ist Ah, wir sind ja schon da! Ja, das ist richtig So ähnlich wie Kiki So ähnlich wie Kiki Mh, Bananen Bananen, das ist schon der zweite! Tschüss! Das ist vielmals ne, tut mir leid, dass ich ihm mit ihrer Kartoffeln nicht helfen konnte Ja, das macht gar nix Oh ne, alles gut, ich hätte da rein können Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag Ich ihn auch ne, viel Glück nach der Suche Das ist schon der zweite, der das sagt Banane, seit wann sieht ne Banane aus wie ne Kartoffel Also das ist ja wirklich lustig, dass du da mal... Vor allem ein Vogel der Banane kenne ich nicht Herzer Brücken Banane Ich brech ab Oh Oh